Dein Lieblings-Happy Meal, zum Beispiel mit Bio-Apfeltüte und Chicken McNuggets. So schmeckt Spaß. Happy Meal, zum Beispiel mit Bio-Apfeltüte, Bio-Apfelschorle und Chicken McNuggets. So schmeckt Spaß. McDonalds Happy Meal, hier beginnt der Spaß. Mit einem lustigen Spongebob-Spielzeug und als Extra eine von zwei exklusiven Folgen zum Online-Gucken. Lustige Spongebob-Spielzeuge, wie der wirbelnde Drehspaßbecher und ein Lieblings-Happy Meal, zum Beispiel mit Bio-Apfeltüte und Chicken McNuggets. So schmeckt Spaß. Im Happy Meal, die Helden aus DreamWorks Madagaskar 3 und ein Lieblings-Happy Meal, zum Beispiel mit Bio-Apfeltüte, Bio-Apfelschorle und Chicken McNuggets. So schmeckt Spaß.